haben wir zum beispiel hier kucina de la nonna macht hier 175 verkäufe im monat 4.000 euro umsatz umsatz nicht gleich gewinn ungefähr 30 prozent davon wäre unser gewinn und so in der richtung könnte es irgendwann wenn jetzt mehrere monate oder auch jahre dran seid auch mal aussehen deswegen ich kann euch wirklich nur dazu motivieren dass ihr am besten heute schon startet mit amazon kdp nach jeder woche zwei bis drei neue videos zum thema amazon kdp hoch also wenn du kannst du die verfassen wird im besten fall jetzt abonnieren vielen dank ihr heute geht es mal darum dass ich euch mal ein bisschen ins gewissen rede nämlich mit dem thema wieso habt ihr noch nicht angefangen mit amazon kdp bei den meisten ist so dass sie nicht anfangen weil sie natürlich dafür ein gewerbe anmelden müssen und das stellen sich die meisten extrem schlimm vor es ist auch nicht schlimm wir haben hier die gewerbe anmeldung einfach mal so eine pdf vorlage wie die aussieht und jetzt tatsächlich nur zwei seiten und wenn ihr dahin geht dass sie können sie davor schon ausfüllen dann geht er zur gemeinde gibt die dort im gewerbeamt ab oder ihr könnt auch heutzutage schon ein gewerbe anmelden einfach online wo den ausweis hochladen ist und fertig und das gewerbe ist angemeldet und ihr könnt direkt starten das kostet auch nicht viel sind so 25 bis 30 euro was die gewerbe anmeldung kostet und dann könnt ihr wirklich anfangen und es passiert nichts also das ist nur die berechtigung dafür dass ihr jetzt starten dürften aber zum kdp das heißt geht am besten diese woche noch aus gewerbeamt füllt es aus und startet durch wenn wir das gewerbe angemeldet haben brauchen wir natürlich erstmal passende tools es gibt ziemlich viele aber eigentlich kann man das beschränken auf ein tool nämlich helium 10 helium 10 ganz einfach damit finde ich die nischen heraus für meine bücher ich finde damit die keyword heraus die relevant sind für mein buch damit ich auch mit diesen dann später eine marketingkampagne starten kann und ihr könnt auch ziemlich tief einsteigen also hier haben wir das a la carte menu und jetzt zum beispiel das x-ray tool damit starten die meisten da ist einfach so dass wir sehen können okay wie viel umsatz wie viel verkaufszahlen machen denn die bücher aber ich kann auch nicht wirklich identifizieren was dann gute nischen die nischen werden mir gezeigt von der black box dort kann ich erst mal filtern und dann wird mir angezeigt okay ich will es nur kochbücher haben die sowieso viel umsatz machen dann werden mir diese alle angezeigt wie gesagt können entweder hier mal die verschiedene modelle hier hinzufügen oder wenn ihr einfach hier das platine modell was ich auch für 99 dollar monat dann einfach mal einen rabattcode anwenden mit dem code gel academy 10 kriegt ihr noch mal 10 prozent rabatt das heißt dann wird über 89 euro monat und viel mehr braucht es dann eigentlich auch nicht mehr der kurze der black box sieht eben so aus wir sind nicht auf amazon unterwegs sondern bei helium 10 da können wir jetzt hier einfach mal deutsch markt einstellen dann hierbei produkt nehmen wir dann bücher da zum beispiel was beliebtes sind kochbücher zum beispiel hier richtung es kulturen hat sowas wie italienisches kochbuch zum beispiel dann kann ich hier sagen okay der umsatz soll irgendwie oder sagen wir die verkauften einheiten sollen bei 50 stück sein ich weiß mal gar nicht hier weiter runter filtern klick jetzt auch mal auf suche weil ich werde mal demonstrativ euch zeigen was dann kommt nämlich dass wir haben davor gefiltert wir wollen nur kochbücher haben die 50 euro mehr umsatz machen und diese werden mir tatsächlich ist alle angezeigt und das ist einfach viel einfacher viel effizienter ist wenn ich auf amazon unterwegs wäre und irgendwo in den kategorien rumsuchen würde und jedes buch einzeln analysieren würde weil ich ja hier direkt sehe wie viel umsatz macht das buch oder wie verkaufszahlen macht das buch im monat und so kann ich eben direkt auf einen blick einschätzen okay gehe ich in die nische rein oder eben nichts ja was auch noch ein riesen motivator für euch sein sollte wäre das thema chat gpt ki also in welcher zeit wir aktuell leben ich habe mit amazon kdp angefangen in den zeiten bei denen ich noch für den format hier 400 euro gezahlt habe wo ich für den ghostwriter an die 1000 euro gezahlt habe wo ich pro bild lizenz 3 euro bezahlt habe also ich war da direkt vierstelligen einsam buch und jetzt kann ich bücher stellen für 0 euro nämlich hier schreibe ein italienisches rezept inklusive zubereitungsdauer und nährwerten sollte sich hier mal zum beispiel spagetti carbonara herausgesucht ihr seht hier perfekt aufgeteilt die zutaten zubereitung nährwerte jetzt will ich dafür natürlich noch ein gutes bild das heißt hier erstellen ein ultra realistisches bild dazu hat er gemacht noch schöne die spiegeleier oben drauf gesetzt den speck also wirklich ein top bild und beides zusammen den text und die bilder kann ich jetzt für ein buch verwenden und das buch erstellen das gleiche mit dem buchcover kann ich auch hier im chat erstellen dass sie eben dann zu einem italienischen kochbuch ein passendes buchcover erstellt und dann hätten wir im prinzip beide sachen schon erledigt das eine wäre der buchinhalt das andere das buchcover ja wie gesagt wir haben die sachen erledigt gehen jetzt auf amazon kdp haben uns dort einen account gemacht klicken hier auf taschen buch erstellen und dann ist wirklich nicht mehr lang also wir haben hier drei bereiche die wir ausfüllen müssen es einmal wäre hier buchtitel buchbeschreibung kategorien die keywörter die wir von helium 10 bekommen dann bei taschenbuch inhalte eben die pdf die wir erstellt haben mit den rezepten und den bildern das buchcover was wir erstellt haben auch mit gp und im letzten schritt entscheiden wir in welchen ländern wollen wir das buch verkaufen zu welchem preis und sagt das buch ist online jetzt können wir noch eine amazon ads kampagne schalten und würden einfach jetzt passiv geld verdienen mit amazon kdp und wenn wir uns mal hier ein italienisches kochbuch anschauen haben wir zum beispiel hier china de la nonna macht hier 175 verkäufe im monat 4000 euro umsatz umsatz nicht gleich gewinnen ungefähr 30 prozent davon wäre unser gewinn und so in der richtung könnte es irgendwann wenn jetzt mehrere monate oder auch jahre dran seid auch mal aussehen deswegen ich kann euch wirklich nur dazu motivieren dass ihr am besten heute schon startet mit amazon kdp habt ihr auch indirekt schon weil ihr mal ein video angeschaut habt aber ihr könnt einfach mal hier auf meine website vorbeischauen weil ich biete natürlich euch auch hier ein kostenfreies erstgespräch an könnt ihr auf die website einfach mal hier draufklicken oder schickt mir e mail hier an die nachricht und da könnt ihr gerne mal eure ersten fragen mir stellen die beantworte ich auch gerne und falls wirklich auch interesse habt hier solche einnahmen zu erzielen wie ich es tue dann können wir auch mal hier über so ein coaching reden da gibt es verschiedene modelle das eine mal wäre dass ich eben coaching biete nur für die nischen suche dann nur fürs marketing oder wir erstellen komplett zusammen buch von a bis z das wirklich jeden schritt mal kennen lernt das handwerk dann lernt wie man solche bücher stellt damit ihr mich danach nicht mehr braucht das geht eben in der regel hier über drei monate und genau dort kann ich euch auch sagen was die verschiedenen modelle kosten deswegen kontaktiert mich einfach und wir machen dann ein kostenfreies erstgespräch ja wenn du noch mehr videos sehen willst gerade zum thema amazon kdp dann lasst doch ein abo da würde mich echt extrem freuen und ich würde sagen wir sehen uns in einem neuen video ciao